Kraftstoffkosten Grundsätzlich haben die Kraftstoffkosten erhebliche Auswirkungen auf die Rentabilität von landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Die Kraftstoffeffizienz ist also ein zentrales Anliegen in der Agrarwirtschaft. Ein entscheidender Faktor für die Kraftstoffeffizienz im Zeitraum eines Ölwechselintervalls ist die Fähigkeit der Vermeidung von Öleindickung. Im Motor gibt es innere Widerstände. Eingedickte Öle erhöhen diesen Widerstand. Vergleichen Sie es mit Warten durch einen Sumpf. Es ist viel schwieriger, erfordert mehr Aufwand und benötigt mehr Energie. Fest steht, mit eingedickten Ölen muss Ihr Motor härter arbeiten und verbraucht mehr Kraftstoff, um das Geforderte zu liefern. Maasai-Ferguson-Schmierstoffe liefern eine überragend stabile Viskosität über das gesamte Ölwechselintervall, minimieren den Kraftstoffverbrauch und liefern damit eine bessere Kraftstoffeffizienz. Maasai-Ferguson-Schmierstoffe liefern eine überragend stabile Viskosität über das gesamte Ölwechselintervall und liefern damit eine bessere Kraftstoffeffizienz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017